Guten Abend. Guten Abend, herzlich willkommen zu Art of Affair. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Manchmal zeigt die kleine Welt, was in der großen Welt los ist. Der Trump ist ein böser Mann und gemein ist er auch. Was antworten Sie darauf einem Sechsjährigen, der sich seine frische Meinung aus ein paar Nachrichten, Häppchen und Erwachsenengesprächen bildet? Dass Trump demokratisch gewählt ist? Dass man sich keine Sorgen machen muss? Dass der nur so dahin redet, aber anders handelt? Ersteres stimmt. Das Zweite kann man nur nicht mehr behaupten. Nach zehn Tagen, Donald Trump wird klar, er meint es ernst. Ein groteskes Einreiseverbot, das Menschen in Verzweiflung Flughäfen ins Chaos stürzt. Eine echte Mauer gegen Mexiko, eine Zollmauer gegen den freien Handel. Wie gefährlich ist es für uns? Macht Trump den ewigen Exportweltmeister Deutschland zum Verlierer? Und wie verhandelt man eigentlich mit einem Mann, der keine Regeln zu kennen scheint? Harte aber fair mit diesen Gästen. Melinda Crane, die US-amerikanische Journalistin, kritisiert, Der Einreisestopp widerspricht der Verfassung, der Werte und der Geschichte der Vereinigten Staaten. Diese Politik der Abschottung schadet uns allen. Oskar Lafontaine, der Politiker der Linken, sagt, Trump will sich bei Handelsbilanzen von anderen Ländern nicht mehr über den Tisch ziehen lassen. Das wird ungemütlich für Deutschland, denn wir als Exportweltmeister sind die, die er meint. Karl Martin Welker, der Präsident des Verbands der Maschinenbauer, sagt, Mein Rat an die Wirtschaft, an der eigenen Position festhalten und sich von Trump nicht verrückt machen lassen. Wolfram Weimar, der Publizist, gibt zu bedenken, wenn die Amerikaner einen Wirtschaftskrieg riskieren, sollten wir uns fragen, warum amerikanische Firmen wie Amazon oder Apple in Europa Milliarden verdienen, aber keinen Cent Steuern zahlen. Ilse Aigner, die bayerische Wirtschaftsministerin, stellt klar, allein durch BMW werden in den USA 70.000 Menschen beschäftigt und deutsche Firmen zu schwächen, kann nicht im Interesse der USA sein. Und später in der Sendung Matthias Schraner, der internationale Experte für Verhandlungen, sagt, egal wie man Donald Trump findet, sein konfrontativer Verhandlungsstil ist hochprofessionell und kennt nur ein Ziel, gewinnen. Tja, zack, da waren die Grenzen dicht für Menschen aus sieben muslimischen Ländern, von Syrien bis Iran. Das Dekret, das wirkte wie aus der Hüfte geschossen. Eine Unterschrift mit maximaler Nebenwirkung. Frau Aigner, gestrandete Menschen an Flughäfen, Unternehmen, die um ihre Mitarbeiter bangen, alles weil Trump ein Dekret unterschrieben hat. Das macht einen fast sprachlos. Was fällt Ihnen dazu ein? Ich glaube, ich reihe mich bei allen hier ein, dass dieses nicht akzeptabel ist, dass man pauschal Länder und Religionen sozusagen hier ausgrenzt ist, halte ich für eine falsche Entscheidung und ich glaube auch nicht, dass sie halten wird. Sie halten die Entscheidung für falsch. Wenn Sie sehen, was das für ein Durcheinander anrichtet, für alle möglichen Betroffenen. Was sagt das über die Art und Weise, wie Entscheidungen geplant durchdacht werden? Also ich hoffe immer noch, dass wir auch mit einem guten Dialog solche Hauruck-Entscheidungen, würde ich sagen, vielleicht etwas zurückdringen können und dass das jetzt nicht die ganze Zeit so weitergeht. Also das ist meine Hoffnung, dass wir hier mit Dialog mehr erreichen können. Das ist auch nicht im Interesse. Hat die abgenommen in den letzten zehn Tagen, diese Hoffnung? Nein, die Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich immer. Und ich finde auch gut, dass insbesondere Angela Merkel jetzt unsere Bundeskanzlerin angekündigt hat, dass sie bald nach Washington fahren wird, dass auch Trump zum G8-Gipfel nach Hamburg kommt. Ich halte das nach wie vor für die bessere Variante, mit ihm zu sprechen und auch die Auswirkungen insbesondere für die Vereinigten Staaten von Amerika auch zu klären. Das wird nicht nur in dieser Frage, sondern auch gerade, was die Wirtschaft betrifft, sinnvoll sein. Herr Weimer, spüren wir gerade zum ersten Mal, was dieser Präsident mit einem Federstrich bewirken kann? Also mir geht es so immer, wenn ich abends beim zweiten Klas Riesling denke, vielleicht ist doch was Gutes an ihm, kriege ich am Morgen eins auf die Mütze. Also wenn man morgens aufwacht, dann erwartet man ja schon, was hat er nun wieder angerichtet heute Nacht? Und steht heute Rumpelstilzchen auf dem Programm, also Trampelstilzchen? Oder steht der Zappel Philipp auf dem Programm? Und man gewinnt langsam den Eindruck, auch wie er Dekrete raus hat, wie schnell er jetzt agiert. Als müsste ihm mal jemand sagen, der Wahlkampf ist vorbei und du musst jetzt nicht unbedingt der erste ADHS-Präsident werden. Wer könnte denn derjenige sein, außer dem lieben Gott? Ja, er schottet sich natürlich ab, scheint nicht so besonders beratungsfähig zu sein. Das fühlt sich aus europäischer Lage schon an wie Reizhusten. Das muss man einfach sagen. Frau Crane, wer schreibt eigentlich diese Dekrete? Ich vermute nicht, dass er die selbst raushaut. Seine Twitter-Meldungen sind ja auch kürzer. Verlangt er danach? Oder hat er mittlerweile das Umfeld, das ihm solche Sachen unterschiebt? Offensichtlich werden die Dekrete nicht geschrieben von den zuständigen Behörden. Denn die haben nicht mal vorher wirklich davon gewusst, was auf sie zukommt. Man sagt, maßgeblich daran beteiligt, ist der Chefideologe im Weißen Haus, Steve Bannon. Das ist dieser, der von der hart rechten Webseite Breitbart kam, der jetzt auch sogar in den Nationalen Sicherheitsrat gehoben würde. Dafür würde ein General rausgeschmissen. Das ist wirklich einmalig, dass so jemand politisch, sehr ideologisch, also der Right-Hand-Man von Donald Trump, dann in den Sicherheitsrat kommt. Da, wo Politik eigentlich fehl am Platz ist. Dieser Bannon ist ein Rechtsnationalist. Und er hat auf jeden Fall Interesse daran, alles aufzuwischen. Man sucht ja immer nach beruhigenden Momenten. Es geht immer nach hinten los. Sagen Sie noch mal, der Sicherheitsrat, was entscheidet er? Oder wie bereitet er Entscheidungen vor? Wo jetzt dieser Bannon sitzt, den man von seiner Breitbartseite kennt? Der Sicherheitsrat ist wirklich für Entscheidungen, zum Beispiel über lebenden Tod von US-Soldaten und von den Geheimdiensten zuständig. Der Sicherheitsrat tagt, wenn es Krisen gibt, wenn entschieden werden soll, zum Beispiel, ob ein Osama Bin Laden jetzt umgebracht wird und wie. Also all das ist der Stoff des Sicherheitsrates. Und jetzt wird Bannon offensichtlich da eine Rolle haben. Es gibt Stimmen in Amerika, die sagen, so schlimm das mit dem Einreisestock ist, ist diese Entscheidung, dass Bannon in den Sicherheitsrat kommt, mindestens so beunruhigend. Herr Lafontaine, man kann jetzt Trump viel vorwerfen, aber nicht, dass er nicht das hält, was er vorher versprochen hat. Auf eine gewisse Art und Weise imponiert Ihnen das? Nein, denn er ist ja auch inkonsequent. Zunächst einmal bricht er mit einer Tradition in den Vereinigten Staaten, von denen die Vereinigten Staaten erheblich profitiert haben. Man denkt an die vielen Wissenschaftler, die etwa zur Nazi-Zeit in die Vereinigten Staaten kamen. Damals hätte einer sagen können, das sind vielleicht Agenten, die sind gefährlich. Dabei haben sie also einen enormen Umfang davon profitiert. Aber was der Widerspruch ist, wie schon in den vergangenen Jahren, wenn er schon irgendwelche Angst hat vor Terroristen, warum klammert er Saudi-Arabien aus? Denken Sie an Isama Bin Laden. Das ist doch völlig inkonsequent und ist eben die Verlogenheit der US-Politik seit vielen Jahren. Der dritte Punkt, wenn er gegen Terroristen, nehmen wir ihn mal ernst, etwas machen will, dann müsste er aufhören, im vorderen Orient Bomben zu werfen. Denn jede Bombe, die dort geworfen wird, führt dazu, dass neue junge Männer sich rächen wollen und dort zu Terroristen werden. Deshalb ist das völlig inkonsequent. Ich will noch etwas nachlegen. Dort gibt es viele Länder, die würden gerne die Macht dazu haben, US-Bürger von ihrem Territorium fernzuhalten, insbesondere die, die dort Bomben werfen oder verdeckte Kriege führen. Also man muss das immer umdrehen. Das scheint er nicht zu können und das bedauere ich sehr. Wenn wir mal auf die Konsequenzen bei uns schauen, Herr Welker, Sie sind jemand, der für den Titel Exportweltmeister verantwortlich ist. Sie sind der oberste Maschinenbauer hier im Land. Und dieser Einreisestopp aus der Hüfte geschossen, nicht abgesprochen mit dem Ministerium, so wie es aussieht, nicht mal richtig mit dem Heimatschutzministerium. Ist das der endgültige Beweis dafür, welcher Unsicherheitsfaktor dieser Präsident für die Weltwirtschaft auch ist? Ja, zunächst mal stellen wir dabei fest, was wir an einer Europäischen Union mit den Freizügigkeiten von Gütern und Personen haben. Das ist ja einer der Gründe, warum beispielsweise der Brexit, der war ja getrieben von der Idee, wir wollen eben nicht mehr jeden aus Europa in unser Land reinlassen. Und jetzt sehen wir, was das heißt, wenn ein großes Land wie die USA derartige Schritte vornehmen. Also wir brauchen diesen freien Personenverkehr genauso, wie wir den freien Güterverkehr fordern. Und natürlich wird das eine große Herausforderung, wenn die Personen in Zukunft nicht mehr so frei reisen können, wie wir das brauchen. Wie machen Sie das denn als Unternehmen? Sie haben ein Unternehmen. Wenn Sie jetzt jemanden nach Amerika schicken, da laufen viele Ihrer Maschinen, überlegen Sie dann, welche Vorfahren hat er, welchen Glauben hat er, was steht in seinem Pass? Müssen Sie jetzt Reiselisten machen? Also bisher mussten wir das natürlich nicht machen. Eingeschränkt muss ich natürlich sagen, seit schon geraumer Zeit unter Obama gibt es eine Gesetzgebung, die da heißt, wer beispielsweise in viele Länder des Nahen Ostens einreist und dort einen Passstempel hat, der muss oder der dort gewesen ist, der muss sich vorher in den USA nochmal ein extra Visum besorgen beziehungsweise eine extra Einreisegenehmigung besorgen, weil man sich damit verdächtigt macht. Also diese Überlegung gab es schon unter Obama, dass da eventuell was schiefläuft. Das war eine erhebliche Belastung, denn wenn ich mir nicht nur unsere Verkäufer, sondern insbesondere auch unsere Serviceleute angucke, dann ist das ein organisatorischer Aufwand, der erheblich ist. Wer darf noch wohin fahren? Wie organisieren wir das? Und das wird uns mit dem, was jetzt erlassen wurde, natürlich noch viel stärker beschäftigen. Und da ist ja noch mehr in der Röhre. Wir fragen ja heute, wie warm müssen wir uns anziehen, wenn Trump auch ernst macht, zum Beispiel mit seiner Drohung einen Zollzaun um Amerika zu ziehen. Die Antwort ist sehr warm, wenn man sich mal die Zahlen anschaut. Herr Weimar, man könnte sagen, der Mann bleibt sich treu. Oder hat er immer schon geahnt, dass irgendwann seine Meinung auch mal mehrheitsfähig wird in Amerika? Also da würde ich sagen, Einspruch, euer Ehren. Ich glaube nicht, dass er sich so treu bleibt, wie das jetzt klingt. Deswegen müssen wir auch nicht so viel Angst haben. Vor einer Woche hieß es, die NATO ist obsolet. Oder sie muss zumindest schwer reformiert werden. Heute heißt es, sie ist von fundamentaler Bedeutung für das Bündnis der westlichen Welt. Vor einer Woche hieß es, man darf so ein bisschen foltern. Waterboarden, das finde übrigens ich das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Heute heißt es, es kommt natürlich gar nicht in Frage. Deswegen, Herr Laffernandine hat schon recht, es gibt auch einen großen Schuss Inkonsequenz in dieser Sprunghaftigkeit dieses Präsidenten. Und deswegen empfehle ich, erst mal cool bleiben. Cool bleiben, abwarten, was da wirklich kommt. Es gibt ein schönes Beispiel eines Klimaanlagenbauers aus Indianapolis. Die wollten Arbeitsplätze nach Mexiko verlegen und Trump hat gedroht, ich werde euch fertig machen, ihr kriegt keine Staatsaufträge mehr, ihr müsst die Arbeitsplätze dalassen. Dann haben die gesagt, okay, wir bauen nur die Hälfte der Arbeitsplätze ab, machen mit dir einen PR-Termin. Er war stolz als Retter der amerikanischen Arbeitsplätze und hat hinterher dem Unternehmen noch Steuererleichterungen gewährt. Also vieles geschieht hier auch aus PR. Und wenn man erkennt, was eigentlich sein Motiv ist, dann wird das nicht schöner. Es wird Hardball gespielt im Moment. Es ist unangenehm. Aber ich glaube, wir können uns darauf einstellen. Cool bleiben, Interessen analysieren und dann unsere Interessen vorbringen. Ich glaube, da können wir weit kommen. Die Zahlen allerdings, die sprechen ja eher für ihn, die kann man ja nicht wegdiskutieren, Frau Aigner. 2015 55 Milliarden negative Handelsbilanz Deutschland-Amerika für Amerika. Wenn man sich diese Zahlen anguckt, hat er da nicht ein bisschen recht? Ja, aber das liegt auch daran, dass wir sehr wettbewerbsfähige, gute Produkte haben, die halt mal nachgefragt werden. Genauso gibt es natürlich auch in Deutschland Produkte, die aus Amerika konkurrenzlos sind, die zu 95 Prozent Marktanteil kommen. Zum Beispiel Google. Google. Google, ja. Als ein Beispiel. Oder auch andere Smartphones zum Beispiel von einer amerikanischen Firma, die durchaus in einem weltwerten Konzern sozusagen gebaut werden. Es ist übrigens der beste Beweis, wenn ich jetzt mal das an dem iPhone sage, das wird eben nicht in Amerika produziert, sondern es wird in China produziert. Übrigens auch deutsche Produkte darin. Wenn Sie das komplett mit Zöllen belegen würden, würden die Produkte auch in Amerika wesentlich teurer und damit wesentlich schlechter konkurrenzfähig auch gegen andere Konkurrenzprodukte. Also allein daran kann man schon sehen, dass es auch nicht im Interesse von Amerika sein kann, hier mit Zöllen zu arbeiten, weil es auch letztendlich die amerikanische Wirtschaft selbst schadet. Und ich bleibe dabei, wir haben deshalb auch so eine gute Bilanz, weil wir eben hervorragende Produkte im Maschinenbau bei Automobilen und anderen Bereichen haben. Man könnte auch von einer Schieflage sprechen, aber die ist für Sie in Ordnung. Ich finde, wir haben hier auch hart gearbeitet, dass wir diese gute Position haben. Ich finde das gut. Finden Sie das auch, Herr Lafontaine? Nein. Das ist sogar gesetzeswidrig, aber das ist vergessen. Wir haben ein Gesetz, als noch mehr über wirtschaftliche Zusammenhänge diskutiert wurde in Deutschland. Das heißt Gesetz zur Förderung von Stabilität und Wachstum. Dort war außenwirtschaftliches Gleichgewicht eines der wichtigen Ziele. Man wusste damals, dass wenn man eine faire Handelssituation hat, fair, dass man dann von den anderen in etwa so viel abkaufen muss, wie sie einem selbst abkaufen. Wenn auf Dauer der eine immer mehr verkauft, als der andere verkaufen kann, gibt es Unfrieden und gibt es Spannungen. Insofern, ja, das ist das Hauptproblem, gibt es Unfrieden, gibt es Spannungen. Insofern bin ich nicht zufrieden mit dieser Situation. Die ganze Welt ist nicht zufrieden mit dieser Situation. Wir haben 9% Überschuss. Wir sind also von den großen Nationen der größte Sünder. Und nun kann man etwas dagegen tun. Man muss also nicht unsere Exportwirtschaft in irgendeiner Form jetzt anhalten, wird weniger gut in euren Produkten und so weiter. Aber was haben die Chinesen beispielsweise gemacht? Sie haben langsam die Löhne angehoben mit dem Ergebnis, dass die Wettbewerbsfähigkeit natürlich etwas zurückgegangen ist. Auf der anderen Seite aber der Verbrauch im Inland stärker wurde und damit die anderen mehr verkaufen konnten. Das ist bei uns natürlich seit vielen Jahren ein Dogma, dass die Löhne niedrig sein müssen. Ich bin natürlich ein Populist und sage, die deutschen Arbeitnehmer haben einen Anspruch darauf, dass ihre Löhne genauso stark steigen wie in vergleichbaren Industriestaten. Nein, genau so stark sein wie in anderen Industriestaten. Selbst Frankreich hat deutlich mehr erhöht, wer die Zahlen kennt. Schauen Sie mal, wie Frankreich im Moment unterhält sich. Herr Lafontaine, finden Sie, dass Frankreich ein gutes Beispiel ist für eine funktionierende Wirtschaft? Nein, nicht. Wir müssen ja die gesamte Wirtschaft sehen. Aber bei den Löhnen hat sich das so entwickelt. Wenn Sie glauben, alle Staaten können Lohndumping betreiben, was wir gemacht haben, dann kriegen wir eine noch unfriedliche Welt. Es ist unfair, mit Lohndumping andere Länder niederzukommen. Herr Welker, guckt ein bisschen auf die Tischkante, während Sie sprechen. Ja, ist mir völlig klar. Ich rühre hier an ein Dogma. Seit Jahrzehnten glauben, wir können uns das erlauben. Auf Dauer wird es nicht gut gehen. Sie rühren auch an den Gesetzen der Vernunft. Nein, nein, Sie verstoßen. Herr Welker, was haben Sie gedacht, als Sie auf die Tischkante geguckt haben? Der Bessere setzt sich durch. In dem Fall sind das die deutschen Maschinen, die deutschen Autos. Aber völlig unabhängig davon wollte ich einen Kommentar machen zu dem eingespielten Video. Es ist eben gerade nicht so, dass alle Gewinne im Ausland sind und die Gewinne im Inland, in Amerika nicht ankommen. Das gilt übrigens für Apple auch schon. Da werden in China nicht die Gewinne gemacht bei Foxconn, sondern die werden natürlich bei Apple in den USA gemacht. Das gilt aber für deutsche Firmen schon mal alle Male. Ich muss mich einer sehr genauen Prüfung unterziehen, wie meine Verrechnungspreise nach Deutschland sind. Und wenn ich beispielsweise Güter, den Gewinn ausschließlich in Deutschland behalte und nicht in Amerika, wenn ich dort Maschinen verkaufe, dann kriege ich entweder Ärger mit dem amerikanischen Fiskus oder ich kriege Ärger mit dem deutschen Fiskus, je nachdem, wer sich da betrogen fühlt. Deswegen haben mittlerweile unsere Firmen einen erheblichen Aufwand, da reden wir über Bürokratie, der damit zu tun hat, wo grenze ich wie die Produkte ab und die Preise, damit sich kein Staat über Vorteil fühlt in der Frage, wo ist eigentlich Gewinn angefallen. Das mal dazu, ganz unabhängig davon, gilt prinzipiell der Satz, dass natürlich mit Freihandel die Möglichkeit geschaffen wird, die Dinge dort, wo sie am besten oder am günstigsten hergestellt werden, dort werden sie gemacht. Und das hilft dem Wohlstand aller. Auch wenn Herr Lafontaine das immer gerne ganz anders sieht. Ja, Freihandel ist für mich eines der größten Lügenwörter unserer Zeit. Es gibt keinen Freihandel. Die wirtschaftlich mächtigen Staaten zwingen den Schwächeren ihre Bedingungen auf. Und etwa in der Agrarwirtschaft ist das ein ganz schlimmer Vorgang, dass wir etwa afrikanischen Staaten aufzwingen, dass sie unsere subventionierten Agrarprodukte kaufen. Und damit geht die Landwirtschaft dort kaputt. Und dann wundern wir uns, dass die Menschen flüchten und zu uns kommen. Diese Lüge vom Freihandel, die müssen wir endlich mal aufholen. Aber einmal so. Das ist der größte Biss, dass jetzt die Chinesen aufgetreten sind, wo sie gesagt haben, wir sind die Bewahrer des Freihandels. Das ist doch alles nur, wenn man so etwas ernst nimmt, hat man von realen Daten der Wirtschaft keine Ahnung. Aber Herr Lafontaine, da wird es mir schon angst und bange, wenn Sie und Trump am Ende einer Meinung sind. Also wenn von links und von rechts sozusagen der Freihandel attackiert wird in die Freiheit attackiert, das erinnert mich an Aristoteles, der sagte, die Extreme berühren sich. Nicht, dass Sie am Ende wie ein roter Trump in Deutschland rauskommen. Das wäre ja nicht so gut. Ich habe nur noch eine Bemerkung zu Ihrer Frage. Moment, Moment, das machen wir. Twittern Sie? Nein, ich bin nicht so clever da im Twittern. Okay, dann ist die Gefahr nur halb zu uns. Ich werbe dafür, dass wir eben die Realität kennen und wissen, dass die Mächtigen, die Schwachen in der Regel an die Seite drücken, wenn es keine Regel gibt. Ich habe noch zwei kurz zu der Frage dieses Ungleichgewicht. Dabei schauen wir uns ja nur die Waren an. Schauen wir uns mal das Kapital an. Dann werden die Ersparnisse der Deutschen investiert in anderen Ländern, vor allen Dingen auch in den USA. Das heißt, was er und seine Fabrikarbeiter mühsam erarbeitet haben, das finanziert in Amerika deren Ausgabenpolitik. Das finden Sie gut? Nein, aber es gibt sozusagen immer ein Wechselspiel. Man kann sich nicht nur eine Produktgruppe angucken. Da der Trump ja nur einen BMW direkt attackiert hat und gesagt hat, die sind besonders schlimm, da muss man mal sagen, die exportieren ja aus den USA für die Weltmarkt, sind der größte Autoexporteur der USA. Da hat er sich wirklich das falsche Beispiel rausgesucht. Also am BMW kann man es wirklich am besten sagen, dass es wirklich nicht stimmt, schlicht und ergreifend. Das größte Werk von BMW steht nicht in Deutschland, auch nicht in Bayern, sondern in Spartanburg. Wie konnte das passieren, Frau Aigner? Ja, weil hier auch natürlich ein Markt ist, aber hier auch viele Menschen arbeiten. Allein in diesem Werk selbst sind an die 9000 Menschen beschäftigt und insgesamt zu indirekten Wirkungen sind es an die 70.000 Menschen, die hier beschäftigt sind. Und genau der Punkt, dass diese Produkte, die in Amerika gefertigt werden, zu 70 Prozent dann in den Export gehen, aus Amerika raus, zeigt ja, dass sie auch da ganz wesentlich von diesen Produkten profitieren. Übrigens ist der Anteil amerikanischer Auto in Deutschland höher als der deutsche Anteil in Amerika. Doppelzug. Wenn man Opel und andere dazu... Ja, das sind ja nur noch Opel und Ford und 15 Prozent bei uns. Unsere machen nur 7,5 in Amerika aus. Frau Crane, gehen wir nochmal zurück zu diesem bemerkenswerten Interview, wo alles schon festgelegt war, von der Frisur bis zur Haltung. Wenn man das mal ernst nimmt, war Deutschland für die USA eigentlich unter der Decke schon immer eher Rivale, denn wirklich Partner und Freund? Nein, Donald Trump spricht natürlich nicht für alle Amerikaner und Donald Trump versteht sehr viel weniger von Handel offensichtlich als viele Amerikaner. Denn diese Idee, es sei unfair, dass für jeden Mercedes-Benz in den USA nicht ein Chevrolet vor der Villa in Deutschland steht, ist natürlich Unsinn. Hier werden kein Chevrolet verkauft, hier werden Opels verkauft. Das ist einfach ein Thema, was für viele Amerikaner sehr viel geläufiger wäre offensichtlich als für Herrn Trump. Und wenn man die Amerikaner zurzeit fragt, ob sie zum Beispiel diese Grenzanpassungssteuer, wie es bei den Republikanern heißt, es ist überhaupt nicht klar, wenn Donald Trump Importe auf irgendeine Weise einschränken wollte, dass er das über Strafzölle machen würde. Also dieses Wort wird immer wieder in der deutschen Press angewandt. Aber Fakt ist, die Republikaner sprechen eher von einer sehr komplizierten Grenzanpassungssteuer. Das ist so etwas wie eine Mehrwertsteuer, wo Produktionsfaktoren aus Amerika, also inländische Produktionsfaktoren, subventioniert werden. Sehr kompliziert, gehe ich nicht tiefer darauf ein. Aber wenn man fragt, was die Amerikaner davon halten, sagen eine Mehrheit, sie finden das nicht gut, weil sie genau das verstehen, was Frau Aigner erklärt hat. Importe würden dann teurer werden, sie würden erheblich mehr ausgeben. Und gerade die Trump-Anhänger, die sehr viel mehr von ihren Einnahmen konsumieren als die meisten Amerikaner würden, weil sie der unteren Mittelschicht angehören, würden daran leiden. Es würde sie belasten. Und wir finden im Moment, also in den Umfragen, keine Mehrheit für solche Handelseinschränkungen. Von daher, seine Ideen sind nicht mehrheitfähig, wie Sie gesagt haben. Sie sind nicht mehrheitsfähig, aber er haut sie einfach raus. Bei allem, was wir da jetzt gerade erwartet haben oder auch teilweise befürchtet haben, da kann man ja immer hören, ah, er wird ja nicht durchregieren können. Gerade erleben wir aber, er kann. Darf er das? Er darf das. Frau Kain, machen sich die Europäer zu viel Hoffnung? Wir haben das ja hier in der Runde auch gehört. Cool bleiben, machen die sich zu viel Hoffnung, wenn Sie glauben, der Kongress wird Ihnen schon noch einbremsen? Also, ich glaube, dass das richtig ist, dass man erst mal cool bleiben soll. Alles, was wir in dieser Woche gesehen haben, diente der Inszenierung von Donald Trump als Mann der Aktion, als der große Beschützer des amerikanischen Volks und der amerikanischen Arbeitern. Der Einreisestopp, ja, das würde dann gleich in Taten umgesetzt und wir sehen, welcher Chaos daraus resultierte und wir sehen, dass andere Institutionen der Regierung dann auch jetzt schon eingreifen. Die Gerichte und zum Teil auch der Kongress. Einige Senatoren haben jetzt gesagt, das muss man alles angucken und wenn nötig, per Gesetz ändern. Und das ist auch möglich. Von daher, diese Checks und Balances unseres demokratischen Systems, sie sind nicht plötzlich außer Gefecht gesetzt, weil Donald Trump Präsident ist. Das alles in dem Beitrag stimmte, was die amerikanische Gesetzeslage angeht, in Bezug auf Strafzölle. Aber wie gesagt, es ist überhaupt nicht klar, dass Donald Trump Strafzölle meint, wenn er über seine... Er spricht immer wieder von Steuer. Steuer, das geht nur über den Kongress. Er kann keine Steuer einseitig per Exekutivanordnung heben. Von daher, erst mal tatsächlich abwarten und sehen, wie das in Taten umgesetzt wird. Denn das ist eine sehr wirtschaftsnahe Regierung. Die Tochter von Donald Trump lässt ihre Sachen für ihre Firma in China herstellen. Hier sind sehr viele Milliardäre, die ganz viel von Handel verstehen. Ich bin nicht sicher, wenn es hart auf hart kommt, dass sie alle einen Handelskrieg befürworten. Cool bleiben kann sich das ein Maschinenbauer leisten. Der muss doch eigentlich dafür sorgen, dass der Laden auch läuft. Haben Sie schon Fühler ausgestreckt Richtung Washington als Maschinenbauer oder Ihr Verband, um zu gucken, was da wirklich gemeint ist? Oder sagen Sie, ich gehe mal lieber in die Fertigung und baue ordentliche Maschinen. Die werden sich dann von selbst verkaufen. Also wir tun beides. Aber ungeachtet dessen, natürlich gucken wir uns genau an, was da geht und was da nicht geht. Tatsächlich sehen wir uns gar nicht im Fokus der amerikanischen Politik. Da geht es auch um politische Befriedigung oder Befriedigung politischen Unmut, der ja ihn letztendlich, also Herrn Trump, auch ins Amt gespült hat. Und da ging es um Mexiko, da ging es um China, Deutschland und der deutsche Maschinenbau steht da nicht wirklich auf der Agenda oben an. Sind Sie da auch so gelassen, Herr Lafontaine? Ich glaube, da kann man wenig widersprechen. Nur es geht immer um Interessen. Das muss man sehen. Und ich will nur mal darauf aufmerksam machen, dass wir zum Beispiel beim Stahl Zölle haben. Die Vereinigten Staaten erheben Zölle seit langem. Und wir, ich befürworte zum Beispiel, da ich von der Saar komme und wir dort eben eine starke Stahlindustrie haben, dass wir Zölle erheben in der europäischen Gemeinschaft, weil wir der Auffassung sind, dass China unfaire Handelspraktiken hat. Ich halte das für richtig. Man muss natürlich nachweisen können, dass die Handelspraktiken unfair sind. Ich will nur mal darauf aufmerksam machen. Also aus der Serie gute Zölle, schlechte Zölle. Es geht schlicht und einfach darum, dass wir nicht mit Finger auf andere zeigen und übersehen, dass wir selbst Zölle erheben. Und zwar kräftige. Und zwar kräftige. Punktuell erheben wir auch kräftige. Und deshalb geht es immer nur um eines. Faire Handel. Ausgleich mit dem Nachbarn. Wer also mit dem Nachbarn in Frieden leben will, muss fair wirtschaftlich handeln. Das ist der entscheidende Punkt. Und meine Bemerkung vorhin, die so heftig einen Widerspruch erregte, war ja darauf ausgerichtet, dass wir in letzter Zeit dieses Gebot vernachlässigt haben. Und es ist noch nicht mal so sehr das Problem der Vereinigten Staaten in erster Linie. Was wir in Europa angerichtet haben mit unserem Lohndumping, ist verheerend. Ich will es hier nur mal gesagt haben. Uns geht es gut. Wir sagen das immer wieder. Aber die europäischen, die südlichen Länder Europas haben erhebliche Probleme. Nicht zuletzt, weil der Euro für uns viel zu billig ist und für sie viel zu teuer. Und wir spielen das Ding immer weiter, bis Europa eines Tages zerbricht. Ich habe wirklich eine große Sorge aufgrund einer völlig verfehlten Wirtschaftspolitik. Also das kann ich wirklich nicht teilen. Der Herr Lafontaine, da müssen wir... Also, weil es gibt ja auch Gegenbeispiele. Wenn ich nach Spanien schaue, die sind auf einem guten Weg. Die sind in einer Wachstumsphase. Es liegt schlicht und ergreifend daran, dass natürlich jetzt auch hier keine Reformen gemacht wurden in diesen Ländern. Und dass das billige Geld, das momentan da ist, das übrigens in Deutschland auch zu großen Schwierigkeiten führt, den Druck nicht erhöht, dass auch die wirklichen Reformen, die notwendig sind, hier gemacht werden. Und das ist eigentlich das. Sie haben vorher von Regeln gesprochen. Dass Frankreich seit Jahren jetzt die Regeln auch reißt, was den Maastricht-Vertrag betrifft, das ist auch nicht geahndet worden. Und keiner regt sich darüber auf. Das finde ich auch bemerkenswert. Sie haben recht. Die Franzosen halten sich hier nicht an Regeln. Aber wir halten uns auch nicht an Regeln. Darauf wollte ich hinweisen. Aber das haben Sie verschwiegen. Jetzt haben Sie verschwiegen. Wenn wir uns fragen, was können wir eigentlich tun? Ist es vielleicht auch ein probates Mittel, ein bisschen zurückzuschlagen oder kräftig zurückzuschlagen? Würde es Sinn machen, zu sagen, Germany first? Oder fangen wir mal mit Bayern first an? Die können das ja schon immer ein bisschen besser, Frau Aigner. Zudem würde ich grundsätzlich mal sagen, ich finde, dass ein gewählter Repräsentant eines Landes mit der Zielsetzung, dass er sich für sein Land einsetzt, dass er das macht, dass ich das für normal finde. Ob die Mittel die richtigen sind, sind das andere. Ich habe übrigens als Bundesministerin auch mal Sie auch einen Eid geschworen darauf, dass wir den Nutzen für unser Land mehr und Schaden abwenden. Das ist ganz normal. Aus Bayern sowieso finde ich das ganz normal. Also ich finde, es ist nichts Falsches, dass man sich für sein Land einsetzt. Das kann ich nichts abgewinnen. Ob die Mittel, die er wählt, die richtigen sind, da habe ich den erheblichen Zweifel daran. Das ist eigentlich der Unterschied. Was kann Deutschland tun, wenn er ernst macht und tatsächlich so etwas wie einen Schutzzaun zieht um sein Land? Wie können wir zurückschlagen? Der Spiegelkolumnist Jan Fleischauer sagt, wir können da, wir können da richtig was machen. Frau Crane, so wie Donald Trump tickt, würde Ihnen das beeindrucken, wenn die Europäer mal harte Kante zeigen würden? Ist das etwas, was ihm imponiert? Das würde ihn wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad anheizen, denke ich. Denn wenn es darum geht, sich selbst zu inszenieren, wäre das gerade dann so ein rotes Tuch. Ich finde es aber für alle sehr, sehr wichtig, dass gerade die Europäer sich und gerade Deutschland sich an den Regeln hält, von denen die sehr profitieren. Also gerade Deutschland. Sie sprachen von den Strafzöllen. Das ist alles richtig. Die WTO erlaubt aber Strafzölle unter gewissen Umständen. Und gerade denn dann, wenn Produkte gedammt werden. Das heißt, wenn sie unter den Herstellungskosten billiger verkauft werden, als sie eigentlich sind. Das war der Anlass für diese Strafzölle. Nun kann man darüber streiten, ob die Umstände wirklich gegeben waren oder nicht. Aber in diesem Fall hat man nicht eine Strafzölle einfach draufgelegt, ohne zumindest mit Worten an diesen WTO-Regeln sich zu halten. Und das finde ich sehr wichtig. Denn gerade Deutschland ist wirklich als große Exportnationen absolut abhängig davon, dass dieses System berechenbar bleibt, dass es stabil bleibt. Und deswegen würde ich nicht dazu raten, dass man plötzlich auch auf unterste Ebene geht. Ich würde eher mit Michelle Obama sagen, when they go low, you should go high. Schöner Satz. Wenn man noch mal auf Apple guckt und die Möglichkeiten, die solche Großkonzerne haben, das macht Sie ein bisschen neidisch wahrscheinlich als Mittelständler, wenn Sie an Ihre Steuerzahlung denken, oder? Furchtbar. Ja, furchtbar. Frau Aigner, was spricht denn dagegen, politisch mit Brüssel zusammen dafür zu sorgen, dass Apple verdammt noch mal hier Steuern bezahlt, wenn hier die Produkte verkauft werden? Ich halte das auch für richtig. Übrigens ist die Kommission auch da tätig geworden und hat genau hier die Europäische Kommission hat hier nachträglich auch sozusagen diese Steuervergünstigungen angekreidet. Ich halte das für richtig und auch den richtigen Ansatz. Ich will aber auch noch zu anderen Punkten Datenschutzrecht sagen, das hat ewig lang gedauert, bis wir auf europäischer Ebene endlich mal ein Datenschutzrecht haben, das für alle Länder gleichzeitig gilt und eigentlich auch gegen Firmen, die außerhalb Europas ihren Sitz haben. Das war ein harter Kampf und das ist höchste Zeit geworden, weil nämlich die Regeln eigentlich das Entscheidende sind. Jetzt irre ich Ihnen aufmerksam zu, Sie sagen höchste Zeit geworden. Ich weiß, wie lange das war. Ja, und jetzt sagt ein Zuschauer, warum soll ich eigentlich dem Trump böse sein, wenn der in einer Woche mehr hinkriegt als europäische, deutsche Politiker, die zwar die Zusammenhänge besser im Griff haben, die aber immer von höchster Zeit sprechen. Wir müssten, wir müssten bald, wir haben bald. Verstehen Sie die Attraktion, die auch das größte Chaos aber ausübt, wenn jemand entscheidet? Ja, das mag schon sein, dass es verlockend ist, aber wir haben halt andere Strukturen hier und das ist selbst in Deutschland schon schwieriger mit Bundesrat und Bundestag. Das soll unser Anspruch aber trotzdem nicht mildern, dass wir das schneller machen, sage ich ausdrücklich. Und Europa müsste hier in manchen Bereichen mehr zusammenstehen. Schon wieder konjunktiv. Ausdrücklich, ja. Wie sehen Sie denn die Schuhe? Das wäre die Aufgabe von Europa hier zügiger auch voranzugehen, sage ich sofort. Wäre das ein erwünschter Nebeneffekt von Trump, dass der auch Europa Beine macht, schneller zu werden und vielleicht auch geschlossener zu werden? Das gehört ja vielleicht zu den Hoffnungseffekten, die man sehen kann, dass wir erkennen, wir müssen uns formieren. Es wird halt weltpolitisch... Wir müssen uns was? Vermehren? Formieren. Ach, formieren. Formieren. Entschuldigung. Vermehren. Auch, ich habe... Formieren vor allem. Weil es wird hartvoll gespielt, weltpolitisch. Also die Zeit des globalen Wohltätigkeitsbasars, der da suggeriert wurde in der Ära Obama, Ban Ki-moon, auch Angela Merkel, die ist vorbei. Und wenn härter mit Interessen gespielt wird, dann müssen wir unsere Interessen auch artikulieren und müssen aber auch ein Beispiel finden in Europa, wie es alternativ geht, wie wir den Freihandel eben organisieren. Ich habe eine gute Nachricht diesbezüglich. Und zwar erinnert mich, dass alles Anfang der 80er Jahre an die Ära Ronald Reagan. Da haben wir ähnliche Dinge diskutiert und wir sahen die Welt untergehen. Da war ein zweitklassiger Cowboy, der hat auf einmal die Finger an der Atombombe und wir dachten, der Krieg kommt. Und ähnliche Fragen mit Protektionismus und Handelsbeschränkungen. Acht Jahre später hat er uns alle überrascht. Es war eine gute Präsidentschaft, sehen Sie wahrscheinlich anders, aber 16 Millionen neue Arbeitsplätze, hohes Wirtschaftswachstum, den Kommunismus niedergerungen, finde ich was sehr Gutes, mit friedlichen Mitteln. Und dann auch noch die Tür zu Wiedervereinigung aufgeschossen. Da war am Ende die Ära Reagan was sehr Positives und wir waren am Anfang sehr erschreckt. Vielleicht überrascht uns dieser Trump ja noch mit ein paar Dingen, wo wir sagen, okay, der war unmöglich, aber es kommt auch noch was Gutes. Was ist der Unterschied, wenn Sie schon die Geschichte bemühen, für die, die es beurteilen können, jetzt wird es dann ganz schnell unscharmant, wenn ich die Damen hier frage, frage ich lieber Herrn Lafontaine. Gehen Sie diesen Vergleich mit von Reagans Anfangszeiten zu Trumps Anfangszeit jetzt? Ohne ein Problem. Nur ich will an einer Stelle nochmal deutlich sagen, zum Beispiel America first, das war immer so, also das wir jetzt so tun. Er hätte irgendwas Neues erfunden, das ist für mich also ganz erstaunlich. Und wenn es um das harte Durchsetzen ökonomischer Interessen geht, es gibt doch kein Land, das in dieser Form seine Interessen durchsetzt, wie die Vereinigten Staaten. Die haben Öl- und Gaskriege geführt über viele, viele Jahre. Und das ist keine Erfindung von mir. Das hat Kerry gesagt, als Präsidentschaftskandidat. Er hat gesagt, ich will endlich, dass wir alternative Energien entwickeln, damit nicht unsere Leute sterben müssen für unser Öl in der Golfregion. Sodass also dann in San Francisco eine Demonstration war und einer hat dann Gott sei Dank eben die Perversität dieser Politik auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, ein Schild, wie kommt nur unser Öl unter deren Sand? Das hat also einer dann dort mal... Das ist ja nach wie vor ein Beweis, mit welcher brutalen Härte die Vereinigten Staaten ihre ökonomischen Interessen durchsetzen. Frau Crane, nun doch. Ich erinnere mich tatsächlich an die Reagan-Epoche, ich gebe es zu. Und Donald Trump ist wesentlich anders als Ronald Reagan. Ronald Reagan hatte politische Erfahrung. Ja, er war ein Filmstar, aber er hatte auch zwei Amtszeiten als Gouverneur von Kalifornien schon hinter sich, als er ins Weiße Haus kam. Er kam auch mit eine Menge professionellen Menschen ins Weiße Haus, die alle Regierungserfahrung hatten. In diesem ganzen Kabinett, falls es bestätigt werden soll, ist keiner mit langjähriger Regierungserfahrung. Das scheint Voraussetzung zu sein. Das kann ja auch ein Plan sein. Ja, das sind Milliardäre, das sind Goldman Sachsler, das sind Generäle, aber doch, es ist eine Frau, die für das Ministerium für Bildung. Aber auch komplett ohne Regierungserfahrung. Und sie versteht nicht mal das Amt, das sie jetzt führen soll. Das ist wirklich sehr, für viele Amerikaner sehr beunruhigend, dass wir diese Amateure jetzt an der Macht haben. Und noch ganz kurz ein Punkt, den ich sehr wichtig finde, denn hier würde ich, glaube ich, Herrn Lafontaine recht geben. Es gibt aber eine andere Verbindung und die ist die folgende. Donald Trump, sein Gewinn, sein Sieg in November ist eigentlich die Frucht von einer Politik, die anfing in der Zeit von Ronald Reagan und die durch alle republikanische Präsidentschaften ging. Und das ist diese Politik des Neoliberalismus, das heißt Deregulierung, Steuerreduzierung immer, immer weiter. Und diejenigen, die gezahlt haben, sind die Menschen, die Trump gewählt haben. Nämlich diese prekäre, untere Mittelschicht. Und genau die werden daran leiden, wenn es einen Handelskrieg gäbe oder auch, wenn er die Politik macht, die er sonst angekündigt hat, nämlich mehr Steuerreduzierung und mehr Deregulierung. Da habe ich ein Zitat dazu mitgebracht, das vielleicht interessant ist und perfekt passt. Ich zitiere mal aus der SPD-Pressezentrale, dieser US-Präsident... Warum schubsen Sie Herrn Lafontaine an? Er hat ja mit der SPD mal was zu tun gehabt. Er erinnert sich schwach. Er hat nicht mitbekommen, dass ich nicht mehr vorsichtig bin. Die haben einen Neuen. Kennen Sie den Neuen? Das Zitat. Das ist der offensichtlich für den Neuen. Das Zitat von der SPD. Dieser US-Präsident zeigt ein Maß an Zynismus und eiskalter Menschenverachtung, wie es sonst nur bei Schwerkriminellen und Massenmördern angetroffen wird. Pressedienst der SPD 1984. Vielleicht waren sie es doch. Und zwar betraf es Ronald Reagan. Wir hatten das gleiche Bild von einem amerikanischen Präsidenten. Und wir wurden am Ende positiv überrascht. Ich möchte eine Anmerkung machen zum Unterschied. Ich glaube, das ganz Wesentliche ist, dass Donald Trump eben kein Republikaner ist. Er hat ja quasi die republikanische Partei erpresst, ihn aufzustellen nach dem Motto, wenn er mich nicht aufstellt, dann nehme ich euch so viele Stimmen weg als Selbstständiger, dass ihr mich aufstellen müsst, sonst wird Hillary automatisch. Und das ist aber heute sein Trumpf oder seine Gefahr. Er hat keinerlei Verpflichtung. Er kommt nicht aus dem politischen Establishment. Er muss sich mit niemandem anfreunden, auf niemanden Rücksicht nehmen. Er ist völlig frei. Und er unterliegt eigentlich auch nicht den Grundsätzen der republikanischen Partei. Er muss sich nur sich selber holen. Ein Unternehmertraum, oder? Ja, ja, ja. Als Unternehmer weiß ich nicht, wie gut er ist. Aber als Präsident hätte ich mir andere Voraussetzungen gewinnen. Die Frage ist ja, die über allem schwebt, wie verhandelt man eigentlich mit einem solchen Mann, für den ganz offenbar Spielregeln, Comments, einfach nur Spielmaterial sind auf dem Weg zu seinem Ziel. Bei uns ist ein internationaler Verhandlungsexperte. Sein Beratungsinstitut sitzt in der Schweiz. Er unterrichtet an der Uni in St. Gallen. Und er heißt Matthias Schranner. Herr Schranner, herzlich willkommen. In Deutschland wird ja so oft gemunkelt, der spinnt einfach, dieser Trump. Sie beobachten solche Menschen, weil es auch ihr Beruf ist, nämlich eine gute Verhandlungsposition zu erreichen. Spinnt er? Eine Verhandlung hat drei Phasen. Und wir sind noch in Phase 1. Phase 1 ist eben die Phase, bevor man am Verhandlungstisch sitzt. Und in dieser Phase geht es darum, sich zu inszenieren, verhandlungstechnisch den sogenannten Anker zu setzen. Also die gegnerische Partei vor der Verhandlung schon in eine gewisse Ecke zu gedrängen, damit man dann, wenn man am Verhandlungstisch sitzt, tatsächlich in einer besseren Verhandlungsposition ist. Was ist denn so ein Anker, den er jetzt gesetzt hat zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, dass er die TTIP aufkündigt und gesagt hat, also dieser Vertrag gilt für ihn einfach nicht. Er hat aber auch dazu gesagt, was ich noch nicht gehört habe, er hat dazu gesagt, er möchte neu verhandeln. Und das ist bisher bei allen seinen Statements eine große Gemeinsamkeit. Also er sagt immer, ich baue die Mauer, ich möchte aber verhandeln. Es gibt das Einreiseverbot, aber ich möchte mit euch verhandeln. Und wir sollten uns aber auf die zweiten Teil der Message kommen. Ist das ein erfolgreicher Verhandlungsstil? Ja, bisher schon. Ich meine aus Ihrer Erfahrung, nicht jetzt bei Trump. Super, super. Also ich bewerte nicht den Menschen und ich bewerte nicht den Politiker. Verhandlungstechnisch gesehen ist es gut, weil er die Themen bestimmt, die Agenda setzt und zu Beginn der Verhandlung schon gezeigt hat, hey, ich traue mir was zu. Ich bin kein Schwätzer. Ich bin bereit, wirklich Fakten zu schaffen. Man hat ja den Eindruck bei Verhandlungen, er will siegen. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, dass aus seiner Administration der Satz kommt, Win-Win ist was für Pussis. Also Win-Win, dass beide was davon haben, das interessiert mich nicht. Er will am Verhandlungstisch siegen. ist das ein falscher Eindruck oder ist das eine Fassade, die er aufbaut, um zu blöffen? Nein, also wenn man gerade die amerikanische Kultur anschaut, im amerikanischen Sport gibt es zum Beispiel kein Unentschieden. Das Win-Lose ist tatsächlich auch verankert in dieser Gesellschaft, vor allem im amerikanischen Business. Also ich denke schon, dass jemand ist, der sehr, sehr gerne gewinnen möchte, der auch kein Problem damit hat, wenn da andere verliert. Es ist ein, ich möchte jetzt sagen, es ist ein schlechter Ansatz, ist ein eher sportlicher Ansatz, lass mich gewinnen. Was bedeutet eigentlich der Begriff Fairness? Er sagt ja immer, das, was ihr gemacht habt mit dem Auto, Import, Export, das war nicht fair. Wie kann jemand sich auf Fairness berufen, wenn er sich offenbar nicht an Regeln hält? Nach seinen Grundsätzen hält er sich an seine Regeln. Fairness sollte man in der Verhandlung tatsächlich nicht benutzen, weil er glaubt ja, dass das Verhalten gegen Amerika unfair ist. Also er behauptet ja, dass Mexikaner zum Beispiel, dass sie zu wenig tun mit der Grenzsicherung, er behauptet, dass Europa zu wenig tut, um diese Handelsbilanz fair zu gestalten. Dieses Bildinterview, das sie angeführt haben, er scheint der Meinung zu sein, dass Amerika unfair behandelt wird. ist, glaube ich, nicht zu viel Küchenpsychologie, das hat sich mittlerweile schon durchgesetzt, dass Trump narzisstische Züge trägt. Man muss mal seinen Schreibtisch sehen. Frau Crane lacht, der ist übersät mit Trump-Portests und anderen Dingen. Wenn jemand ein Verhandlungspartner ist, der so selbstverliebt ist wie Trump, wie geht man damit um? Wie kann man das einbauen in seine Verhandlungsstrategie? Es kann sein, dass er tatsächlich so ist. Es kann sein, dass er es auch vortäuscht. Dann hätte er sich aber viel Arbeit mit seinem Büro gemacht. Ja, das kann gut sein. Ich warne davor, dass man von außen solche Urteile fällt. Ich denke, das hat mir wirklich Psychologen und Psychiatrinnen überlassen. Ich denke schon, dass er Züge hat, um sich selbst darzustellen. Es kann aber sein, dass er in der Verhandlung sich tatsächlich da zurücknehmen kann. Ich habe gleich nochmal ein ganz konkretes Beispiel. Wenn sich hier Zuschauer fragen, wer ist der Typ der da gerade sowas sagt? Ich habe Sie vorgestellt als Verhandlungsexperten. Ich wusste nicht, dass es einen solchen Beruf gibt, ohne Mandanten zu verraten. Für wen oder von wem werden Sie um Rat gebeten? Wo arbeiten Sie für wen auf der Welt? Wir kommen meist dann, wenn große Unternehmen gegeneinander verhandeln, wenn juristische Abteilungen sagen, da gibt es keine Möglichkeit, wirklich zum Agreement zu kommen. Juristen sagen, Finger weg, man hat Angst vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung und dann kommen wir. Wenn eine Situation aussichtslos ist, dann werden wir gerufen. Okay, ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Wenn ich Sie jetzt frage, nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel. Zurzeit Poker-Trump versetzt Unternehmen auch in Angst. Zum Beispiel BMW. Nehmen wir das einfach mal als Beispiel und frage Sie gleich mal, was Sie tun würden. 35 Prozent, klare Ansage, offene Karten. Welche Funktion hat das für Trump, wenn er sowas raus hat? Ein klarer Anker. Also die 35 Prozent werden diskutiert. Er möchte dadurch BMW beeinflussen, dass die vielleicht mit einem Vorschlag kommen, mit einem niedrigeren Satz zu kommen. Und BMW dürfte auf gar keinen Fall diese Diskussion aufgreifen, sondern müsste es auch Also als Autohändler würde man jetzt sagen, du willst 35, 15 können wir uns noch leisten, sag ich 10, einigen wir uns bei 15. Das wäre falsch, genau. Das wäre falsch. Das wäre falsch, weil dann würde BMW das Spiel von Trump akzeptieren. Sie würden seine Strategie akzeptieren und würden dadurch auch verlieren. Was sollen die denn tun? Schnell an den Verhandlungstisch kommen. Man ist zu weit weg von diesem Trump. Man hat ihn vielleicht auch zu wenig richtig eingeschätzt. Man hat vielleicht zu wenig in der Beziehung getan. Man ist zu weit weg von ihm, man ist zu weit weg von seinem Verhandlungsteam. Man muss ran. Also cool bleiben haben wir gehört, ja, abwarten, nein. Aber was gibt es denn zu verhandeln, wenn BMW sagt kein Prozent und er sagt 35? Wann sind da verhandelt? Indem ich Selbstforderungen stelle, indem ich sage, was ich möchte. Also indem man reingehen und seinem Verhandlungsteam sagt, okay, vielen Dank für deine Aussagen. Hier sind meine Forderungen. Das ist, was ich haben möchte. Lass uns reden. Die deutsche Politik hat ja auf solche und andere Forderungen in Teilen, die Kanzler nicht, aber in Teilen bestürzt reagiert. Hat sich erschrocken gezeigt, sie machen so. Was heißt das? Das macht man nicht. Das macht man nicht? Nein. Aber wenn es doch wahr ist, also warum sollte ein Politiker nicht sagen, wenn er morgens genauso erschreckt aufsteht wie Herr Weimar, hat am Anfang der Sendung gesagt, was hat er denn jetzt wieder gemacht? Politiker, ich bin erschrocken, so wie du, lieber Bürger. Als Bürger darf ich es sagen, als Politiker darf ich es nicht sagen. Warum nicht? Weil ich als Politiker einen Staat repräsentiere und ich dadurch schon in diese Opferrolle gehe, dass ich sage, hey, du bist stärker als ich, hey, ich habe mich überraschen lassen von dir. Das falsche Signal ist, hey, du willst einen Konflikt, gerne, lass uns reden. Es ist sehr interessant, Ihnen zuzuhören, wenn ich das jetzt mal auf den politischen Alltag übersetze oder auch auf die bilateralen Beziehungen, die werden oft von Diplomaten geregelt. Diplomaten lernen, dass man durch vorsichtiges Verhandeln einen Schritt vor, einen Schritt zurück, ein Schrittchen zur Seite und da zu einem Ziel kommt. Wir können doch jetzt nicht das ganze diplomatische Chor austauschen. Die erwischt ist kalt, oder? Diplomatie berührt auf zwei Sockeln. Das eine ist langfristige Beziehung, also vertrauensvolle Beziehung und das eine, das zweite ist eine langfristige, Agreement, eine Vereinbarung, die für beide Seiten gut ist. Wir haben zu Herrn Trump kein Vertrauen und wir haben keine langfristige Zielsetzung. Herr Trump ist sehr, sehr kurzfristig orientiert, er möchte schnell umsetzen, was er im Wahlkampf auch schon angekündigt hat. Deshalb haben die diplomatischen Mittel in dieser Auseinandersetzung tatsächlich keine guten Aussichten. Was ist denn wichtiger, dass man sich in seine Gehirngänge eindenkt und sagt, was kann er wollen, oder dass man sich mit seinen eigenen Zielen befasst? Nur mit seinen eigenen, weil die einen, die anderen wissen ja nicht. Also wir wissen zwar, was er gefordert hat, die 35 Prozent, wir wissen aber nicht, was er wirklich will. Und deshalb ist es Zeit, hinzufliegen, zu sagen, hey, lass uns reden. Und Frau Merkel hat sehr, sehr geschickt gemacht, wie ich finde. Sie hat eine gemeinsame Presseerklärung nach diesem Telefonat herausgegeben. Sie hat gesagt, dass es gemeinsame Ziele gibt, gemeinsame Interessen. Es gibt wohl eine Einladung nach Washington. Und wäre ich Frau Merkel, ich würde morgen hinfliegen. Vielleicht sind Sie ja dabei, wer weiß. Vielleicht guckt das Kanzleramt gerade zu. Herzlichen Dank für Ihre interessanten Einblicke. Ein Verhandlungsexperte auf dem Weg vielleicht nach Washington. Vielen Dank. Frau Aigner, Sie haben so verwundert geguckt. Haben Sie gerade was gelernt oder fühlen Sie sich bestätigt? Nein, ich habe mich bestätigt gefühlt, weil ich habe das genau gesagt, man muss mit ihm reden. Er ist gewählter Präsident, egal ob mir das gefällt oder nicht, was er gesagt hat. Und ich muss mit ihm reden. Und ich muss gerade aus Interesse der Wirtschaft reden und auch selbstbewusst durchaus auftreten, was wir letztendlich auch für die amerikanische Wirtschaft in einer guten Partnerschaft machen. Und das kann man wirklich mit großem Selbstbewusstsein sagen. Mit vielen Maschinen würden die sonst vielleicht auch manche Probleme haben, wenn sie sie nicht hätten. Frau Crane, Sie kennen nun beide Länder verdammt gut. Sind wir in Deutschland zu konsensorientiert? Verstehen wir da tatsächlich etwas Miss, was er aus der amerikanischen Geschichte und Genetik darüber poltert und wir für barer Münze nehmen? Ist das ein bisschen Sprachlosigkeit im Moment? Ich denke nicht, vielleicht bin ich auch zu lange schon in Deutschland, aber ich würde sagen, gerade im Bereich des Handels gibt es Win-Win und Lose-Lose. Also diese Idee, dass man tatsächlich ein Null-Summen-Spiel hier betreiben kann, wovon irgendeiner als Sieger rausgeht, die Idee kann ich überhaupt nicht teilen. Würde es tatsächlich zu starken Konflikten im Handelsbereich kommen, dann würden alle Verlierer, auch Amerikaner, natürlich, weil sie viel höhere Preise zahlen würden, weil einige Bereiche gar nicht zu ersetzen sind durch inländische Produktion. Aber lassen Sie mich vielleicht ganz kurz etwas sagen zur Strategie der Firmen, denn wir sehen ein bisschen, wie die Firmen in USA reagieren. Darf ich Ihnen versprechen, dass wir da gleich drauf kommen? Da haben wir nämlich wunderschönes Bildmaterial, auch wie eine Firma reagiert hat. Ich würde das als Schleim mit eingesprungenem Salto bezeichnen, aber gucken wir es uns mal genau an, vielleicht war ich da auch zu frech gerade, wir gucken nachher noch mal hin. Brigitte Bischer ist jetzt dran mit den Zuschauern, die ja auch alle morgens aufstehen und sich fragen, was hat er jetzt wieder gemacht? Ja, aber Sie schauen schon sehr kritisch darauf und ich kann jetzt nicht sagen, dass alle sagen, Trump ist wie der kleine Sechsjährige, den du zu Beginn zitiert hast, das ist ein komischer Mann, das ist ein böser Mann. Es gibt schon auch, manche sagen, alle Achtung, da ist viel Tempo drin, da ist auch durchaus Respekt bei unseren Zuschauern. Und mit denen fange ich einfach mal an. Michaela Katz zum Beispiel hat bei Facebook geschrieben, warum soll er nicht ernst machen, wenn er das vorher schon gesagt hat? In Deutschland mal zum Andersnehmen noch mal. Frau Aigner, Sie trifft es ja, Sie sind die aktive Politikerin neben Herrn Lafontaine. Wenn Politiker ihr Wort nicht halten, muss das ja nicht immer böser Wille sein. Es gibt Koalitionsregierungen, es gibt viele Faktoren, die da reinspielen, aber es hat ja auch was damit zu tun, was man im Wahlkampf verspricht, wohl wissend, dass man das eigentlich hinterher nicht halten kann. Lernen Sie eigentlich aus dieser Situation, was wir stehen vor einem Bundestagswahlkampf, nächstes Jahr, glaube ich, gibt es im Bayern-Wahlkampf. Lernen Sie da was draus, wenn Sie an die Wahlkampfstrategie denken? Also erstens kann ich sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man das, was man ankündigt, auch hält. Wenn man allein regiert, wie in Bayern, hoffentlich auch in der Zukunft, dann kann man das auch machen. Ach, ich habe schon den Falschen gefragt. Schwierig ist es natürlich, wenn Sie Koalitionspartner haben, da ist es dann eine Verhandlungsstrategie. Sie müssen sich natürlich mit Ihren Positionen ganz klar reingehen und so viel wie möglich versuchen umzusetzen. Aber natürlich wird es dann auch Kompromisse geben müssen. Das ist das Problem aus unserer Konstellation. Das haben Sie in Amerika übrigens etwas anders, weil Sie ja klarere Verhältnisse haben, nicht so viele Koalitionen wie bei uns. Herr Lafontaine. Jeder wird das unterschreiben, wenn Sie ihn jetzt so fragen. Deshalb will ich gar nicht dieselbe Antwort geben. Ich will nur sagen, dieser Mann reflektiert eine Situation, die die Bevölkerung in Deutschland seit vielen Jahren zur Kenntnis genommen hat, dass eben vor Wahlen Versprechungen gemacht wurden, die nach den Wahlen nicht eingehalten wurden und dass eben ein gewisser Teil der Bevölkerung, oft die Mehrheit sogar, denken Sie an Rennen und Löhne, immer die Verlierer waren. Das ist die Reaktion, dass Sie sagen, es wird so viel versprochen vor Wahlen, nach den Wahlen machen Sie das Gegenteil. Das ist die Reaktion, die Sie da sehen. Brigitte. Ja, besonders gekommen bei unseren Zuschauern auch dieser eine Satz an America First und vielleicht kann man den auch auf Deutschland übertragen und Sie fragen sich, warum ist der Trump eigentlich so gut und so konsequent, weil er vielleicht ein Quereinsteiger ist und im Gästebuch schreibt Susanne Bergmann, Trump ist kein Politiker, er sagt, was er denkt und tut, was er sagt. Gut so. Ich wünschte mir, dass Merkel genauso an das eigene Volk denkt wie Trump, an das seine Germany First. Ja, Einreiseverbote, Grenzen zu, Freihandel beschränken, die USA verändert sich und man guckt auf ein Symbol und vielleicht muss dieses Symbol abgeräumt werden. Siegfried Baumeister schreibt im Gästebuch, wenn Trump endlich die, Wann wird Trump endlich die New Yorker Freiheitsstatue abbauen, die ist ja eigentlich auch obsolet. Wie muss man mit ihm umgehen, wie muss man auf ihn zugehen, mit ihm auskommen und dazu schreibt unser Zuschauer Volker Küsters bei Facebook. Wieso muss ich mit jemandem auskommen, der einen Handelskrieg anzettelt, den Klimawandel verleugnet und persönlich nichts von Bündnissen hält, müssen wir in Zukunft dann mit Ländern oder Organisationen auskommen, die uns den Krieg erklären? Trump fährt starke Geschütze auf, vielleicht müsste man noch selber auch stärker sein und da schlägt Holger Schwarzbaum zum Gästebuch vor, wenn man vor das eigene Schienbein getreten wird, einfach zweimal doppelt so hart zurücktreten. Führt Trump 25 Prozent Strafzölle auf deutsche Autos ein, dann führen wir eben 50 Prozent Strafzölle auf alle US-Produkte ein. Wenn es zu einfach wäre. Wenn es zu einfach wäre. Es könnte eine Chance sein, vielleicht auch eine Chance für Europa, auch wirtschaftlich und Monika Häuser schlägt vor bei Facebook, wenn die amerikanischen Unternehmen dann wirklich abwandern sollten, wegen dieser Strafzölle, gibt es endlich Platz für europäische Unternehmen. Warum sind wir Europäer auf zum Beispiel Starbucks aus Amerika angewiesen? Das können wir selbst auch. Locker bleiben, abwarten. Auch das sagen die Zuschauer. Erst mal gucken, was passiert. Und Karl-Heinz Scholz schreibt, Trump wäre nicht der Erste, der als Tiger startet und als Bettvorleger landet. Erst einmal abwarten. Ja, vielleicht noch einen Satz auch zur Wirtschaftspolitik. Walter Mayer sagt, wirtschaftspolitisch wird er zur Vernunft kommen, da eine protektionistische Handelspolitik vor allem seinem eigenen Land schaden wird. Danke für diesen Überblick, Brethe Büscher. Vielen Dank auch an die Zuschauer für die Meinung und Originalität. Ja, ich habe es eben schon angekündigt, eins kann man ja nicht behaupten, dass Trump nicht Erfolg hätte mit seinen Drohtweets Richtung Wirtschaft. Da stehen Vorstandsvorsitzende im Trump-Tower da wie die Liftboys. Frau Heckner, ich frage mal Herrn Welker, so von Kollege zu Kollegin, das ist ein großer Konzern, Sie sind auch Manager, Chef, wie bewerten Sie ein solches Verhalten? Brauchen Sie die Bedenkzeit? Also, ich muss mal sagen, der amerikanische Staat ist natürlich anders als bei uns Maschinenbauern, ist der amerikanische Staat natürlich ein Riesenkunde. Und bei Kunden gibt es keine Konfrontation, sondern man setzt sich zusammen und kommt zu Ergebnissen. Wenn Lockheed das verkraften kann, und offenbar können sie das verkraften, dann können sie natürlich auch so ein Angebot machen und sagen, wir haben die Kosten deutlich gesenkt. Das wird für viele amerikanische und internationale Unternehmen natürlich so nicht möglich sein. Und deswegen rate ich stark dazu, jetzt nicht beim ersten Brüllen des Löwen sofort in die Knie zu gehen, sondern die Verhandlungsposition aufrecht zu erhalten und einfach sagen, wir vertrauen auf die Stärke unserer Produkte und wir werden uns da auch durchsetzen. Und gerade für unsere Branche kann ich nur sagen, vieles, was wir machen, kann man in Amerika gar nicht mehr machen. Dazu fehlt die Infrastruktur, dazu fehlt die Ausbildung, dazu fehlen die Firmen, die das machen. Also mein Produkt ist vor 25, 30 Jahren zuletzt mal in Amerika gefertigt worden. Heute könnten sie das gar nicht mehr in Amerika fertigen. Sagen Sie, was Sie machen? Wir bauen sehr, sehr komplizierte Maschinen. Unser Professor hat immer gesagt, die Königin der Werkzeugmaschinen, das sind wir. Das sind spezielle Drehmaschinen, auf denen man beispielsweise Innenleben von Wasserhähnen oder Zündkerzen oder Sonstiges herstellen kann. Wir bauen andere Produkte rein, da werden zum Beispiel 50 Prozent aller Knie, künstlichen Knie und Prothesen in dieser Welt werden auf unseren Maschinen hergestellt. Übrigens hauptsächlich in den USA. Also die großen Medizinalfirmen sind unsere Kunden und wenn die in Amerika das einkaufen wollten, da würden sie nicht fündig. Frau Crane, wenn Sie dazu hören, ist das Selbstbewusstsein oder schon deutsche Ingenieursarroganz? Das ist auf jeden Fall deutsches Können und das fängt schon bei der Ausbildung hier an. Sie haben die beste Berufsausbildung der Welt in Deutschland und das macht sich bemerkbar bei den Arbeitern in den deutschen Firmen, die dadurch auch eine Sicherheit haben, die unsere Arbeiter in den USA nicht haben. Dadurch kann man auch höheren Lohn nehmen und so weiter. Aber darf ich jetzt bitte was sagen zu den Firmen und wie Sie da antreten? Sehr gerne. Und zwar, Sie erwähnten die Klimaanlagefirma Carrier. Das war das erste Ziel von dieser Industriepolitik per Tweet, die gerade von Donald Trump gemacht wird. Carrier wurde so angegriffen von ihm, dass sie dann angeblich ihre Pläne komplett umgeschmissen haben, um doch die Klimaanlagen in den USA zu bauen und nur ein paar noch in Mexiko, wie ursprünglich geplant. Nach dem Strich, wenn man das wirklich angeschaut hat, blieben ein paar hundert Jobs mehr, viel weniger als von Donald Trump behauptet. Und da die amerikanische Regierung diese auch subventionieren wird, kosten diese Jobs sehr viel für die amerikanischen Steuerzahler. Das wäre das eine Beispiel. Das andere ist Ford. Bleiben Sie doch mal hier bei der Rüstungschefin dort, die da steht. Das ist die Antwort, die wir schon gehört haben. Der größte Kunde für Lockheed ist natürlich die amerikanische Regierung. Kein Wunder, wenn dieser Kunde kommt und sagt, wir sind nicht zufrieden mit dem Preis, dass Lockheed verhandelt. Das ist immerhin ein echtes Verhandeln. Das, was Ford macht und was Carrier macht, ist Scheinpolitik, genau wie Trump das macht. Ford sagte, okay, wir bauen die Kleinwagen doch nicht mehr in diese neuen Fabrik in Mexiko. Wo werden die denn gebaut? Zum Teil in einer anderen Fabrik, die schon besteht in Mexiko. Und vor allem, Ford wollte sie sowieso nicht mehr bauen, weil es wenig Nachfrage gibt, weil der Benzinpreis so niedrig ist, dass es eher große Autos gefragt werden. Das heißt, Ford verkauft eine Entscheidung, die sie sowieso getroffen hätten, auf Basis ihrer Wirtschaftsinteressen, als ein Erfolg für Trump. Damit Win-Win für beide Seiten. Herr Lafontaine? Ja, zunächst imponiert es mir, wenn ein Präsident auch mal hingeht und ein Wirtschaftsführer sagt so und so. Das gefällt ihm. Ja, ich habe in meinem Leben so oft erlebt, wie Politiker vor Wirtschaftsführern kuscheln und buckeln, dass es also auch mal wohltuend ist, das mal zu erleben. Dass es auch wohltuend ist, das mal zu erleben. Wo er allerdings inkonsequent ist, ist eben bei der Wall Street. Bei der Wall Street hat er also vorher gesagt, ich würde denen mal zeigen, was hier los ist, was Sache ist. Und jetzt hat er auf einmal so viel Wall Street-Banker in seinem Kabinett, dass ich also fast vom Stuhl falle. Also er hat wieder bestätigt, in Amerika ist die Wall Street immer stärker als der Präsident. Das gilt auch für Trump. Herr Lafontaine, ich möchte Ihnen gerne einen Gefallen tun, wenn Sie gesagt haben, Sie hätten sich gewünscht, dass auch deutsche Politiker mal so auf Wirtschaftsführer zeigen. Warum eigentlich nicht? Gucken wir uns das doch mal an. Tweets, die wir uns vielleicht mal wünschen sollten, vielleicht auch nicht. So, sehr gut. Sehr gut, Herr Lafontaine. Frau Eichner, welcher hat Ihnen am besten gefallen? Der Letzte. Der Letzte vom Parteifolz. Der Letzte, der Letzte. Ja, wer ist ein Experiment mal wert, Herr Weimer? Ich finde, in der ganzen Geschichte, die wir hier erzählen, da stecken auch zwei gute Nachrichten. Das eine ist, wenn er wirklich so auf PR reagiert, dann kann man damit auch agieren. Warum sollte die Bundeskanzlerin nicht eigentlich ihren Antrittsbesuch in dem BMW-Werk in South Carolina machen? Und sie erklären, sie schaffen tausend neue Arbeitsplätze, die sie sowieso hätten schaffen wollen. Und dann sind wir das Problem mit den Strafzäulen los. Also wenn er so funktioniert, kann man ihn auch einschätzen. Die zweite gute Nachricht ist... Das soll ich vorher sagen. Wollt Gott sei Dank, wenn er hier zuhört hat. Ich glaube, er hört sich zu. Er schläft noch. Wir müssen schon am Klaren sein, wir reden so ein bisschen wie über einen schwer erziehbaren. Nein, da haben Sie ja gesagt, und zu Recht, er führt ja das auch wirklich aus, was er angekündigt. Und auch da steckt eine gute Nachricht drin. Wenn er zum Beispiel ausführt, sich mit Russland auszusöhnen, die Sanktionen zu beenden und einen großen globalen Friedensdeal hinzukriegen, ist das eine gute Nachricht. Wird die deutsche Wirtschaft von profitieren, von der Aufhebung der Sanktionen. Wenn er dieses riesen Konjunkturprogramm auflegt, wer wird denn die Maschinen bauen? Das wird er liefern. Kräne, Beton, also ihre Verbandsmitglieder, Betonmischer, Lastwagen. Die deutsche Industrie wird davon massiv profitieren. Wenn er einen Syrienfrieden herstellen will, wie er das angekündigt hat, das wird Ihnen auch entgegenkommen. Am Ende uns allen, da wird zwar Assad im Amt bleiben, aber es gibt einen Frieden. Es hat auch positive Aspekte. Deswegen am Ende vielleicht doch auch ein bisschen optimistisch hinschauen. Ja, Sie sagen ein bisschen optimistisch. Gönnen wir uns doch zum Schluss mal ein Gedankenexperiment. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Trump, entgegen allem, was wir heute gehört haben, hier an Sachverstand, wenn er mit seinem Kurs Erfolg hätte, wenn das mehr wäre als ein Strohfeuer? Frau Crane, können Sie sich das vorstellen? Sie ist begeistert. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Sie konnten sich auch nicht vorstellen, dass Trump Präsident wird, oder? Das stimmt schon. Das konnten wir aber alle nicht so fair sein. Ich glaube, es könnte eine Weile anhalten, dass es eine Ankürbelung gäbe. Unter anderem deswegen, weil Barack Obama den Weg dafür gut vorbereitet hat. Wir haben eigentlich fast Vollbeschäftigung in den USA. Wir hatten auch durchaus ein Wachstum, das sich sehen lässt, deutlich höher als in Europa. Das alles ist dank einigen Reformen und einigen Taten von Barack Obama, unter anderem die Gesundheitsreform, hat dem amerikanischen Fiskus und der amerikanischen Wirtschaft sehr viel Geld gespart. Von daher, das könnte eine paar Jahre anhalten, aber langfristig glaube ich überhaupt nicht daran, weil die ganze Politik, diese Deregulierung, die Steuerreduzierung, die wird die Ungleichheit in diesem Land weiter stärken. Und das ist keine Basis für eine gesunde Wirtschaft. Widerspruch? Nein, ich frage mich nur, wie er das Ganze finanzieren will. Er hat ja viele Ankündigungen gemacht, wie viel er sozusagen in die öffentliche Infrastruktur investieren will, wie er Steuern senken will, wie er letztendlich neue Jobs schaffen will, abgesehen davon, dass der Staat nie Jobs schafft oder nicht in diesem Ausmaß. Und das wird die spannende Frage, wie er das letztendlich finanzieren will. Aber ich wollte vielleicht noch mal zu vorher kommen, weil ich nur so kurz gesagt habe, das mit dem Berliner Flughafen hat mir am besten gefallen. Haben Sie jetzt Schiss, dass der Dobrindt sauer wird? Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Aber ich würde jetzt die Verhandlungsstrategie hier nicht offenlegen. Also das würde ich auch ausdrücklich sagen. Aber ich glaube schon, dass man, wie Herr Welker gesagt hat, mit großem Selbstbewusstsein auch sagen kann, was wir können, was wir leisten können. Und dass es auch für die amerikanische Wirtschaft ist, diese Produkte sozusagen in einem offenen Handel auch auszutauschen. Das würde ich mir auch von unserer Wirtschaft wünschen. Schlussrunde. Behate aber fair. Ja, Sie können nicht klatschen. Dankeschön. Stellen Sie sich vor, Donald Trump macht seinen ersten Deutschlandbesuch und Sie dürfen den Reiseleiter geben. Fantasie gefragt. Was würden Sie ihm dann unbedingt mal zeigen in Deutschland? Ich zeige ihm den schönen Tegernsee, führe ihn ins Bräustüber, mache ihn sinnlos betrunken und danach unterschreibt er mir, dass es keine Strafzelle für deutschen Autos mehr gibt. Herr Lafontaine? Ich würde in seine Heimat, woher kommen, die Pfalz führen, würde versuchen, ihm so ein bisschen das Herz zu erwärmen für auch unsere Interessen und würde versuchen, mit ihm Gespräche zu führen, dass er sich unseren Interessen aufschließt und eben so eine Stimmung erzeugen. Wir sind doch eben irgendwie verbunden. Wir müssen also ordentlich miteinander auskommen. Die Saumagentaktik hat bei Kohl schon mal geklappt. Kohl hat die also immer angewandt. Also hier wäre es vielleicht angebracht. Frau Crane, was würden Sie ihm zeigen in Ihrem Deutschland? Ich würde tatsächlich irgendwas wie Dual-Ausbildung, ich würde ihm durchaus zeigen, wie mitbestimmten Kapitalismus aussehen kann. Frau Aigner, es muss nicht in Bayern sein, es könnte auch die Elbphilharmonie sein, das wäre doch mal was. Auch nicht, schaut schön aus wirklich. Aber was würden Sie ihm zeigen? In der Tat, ich würde Ihnen auch eine Firma zeigen, wo eine Berufsausbildung bei uns stattfindet, um mal zu zeigen, wo eigentlich wirklich die Stärke von Deutschland liegt, nämlich in der Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist, glaube ich, der Schlüsselpunkt, den er auch erreichen sollte. Was würden Sie ihm zeigen, Herr Welker? Schloss Brühl, das Treppenhaus, großartig, prunkvoll. Das ist wahrscheinlich sein Geschwister. Und ansonsten meine Firma. Das hat ihm auch gefallen. Herzlichen Dank auch für diese Schlussrunde. Vielen Dank für eine engagierte Diskussion. Wir sind bei den Tagesdingen. Ingo Zamparoni, wird uns auch was von Herrn Trump erzählen? Ja, so ist es. An Trump führt auch heute wieder kein Weg vorbei. Aber wir schauen einmal genauer drauf, dass auch um die 130.000 Deutsche von seinem Einreisestopp betroffen sind. Aber auch die Hintergründe des überraschenden Rücktritts von Bahnchef Grube ist ein Tagesthema. Gleich bei uns. Mit Ingo Zamparoni. Herzlichen Dank. Vielen Dank an Sie. Sie waren uns ein wunderbares Publikum. Herr Welker, vielen Dank für Ihre...